Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichter Weisheit. Letzter Schluss. Dieses Mal geht es wieder um drei kleine Helfer, unter anderem mit, wie ihr gucken könnt, wo euer ganzer Festplattenplatz hin verschwunden ist, wie ihr so ein Proton-VPN, was hakt, wieder zum Laufen kriegt und wie man Rottöne beim Monitor einstellen kann, damit ihr besser schlafen könnt. Ich glaube, wir kennen alle das Problem, egal wie groß Festplatten und SSDs sind, irgendwann werden die Dinge halt voll. Denn wir vergessen doch häufig Krempel, den wir da mal hingeschoben haben, den wir eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen und finden den vielleicht gar nicht mehr so wieder. Dafür gibt es Programme, die den Festplattenplatz analysieren können, unter anderem NCDU hat zum Glück nichts mit der Partei zu tun. Damit kann man auf der Kommandozeile gucken, wie viel Speicherplatz in welchem Verzeichnis bzw. Unterverzeichnis verloren geht, bzw. wie viel da drin gespeichert wird. Man kann auch gleich Dinge löschen und dann hat man wieder mehr Platz. Oder man weiß einfach, aha, da habe ich das mal hingepackt, das müsste ich vielleicht mal irgendwo anders hinsichern und brauche das nicht hier drauf. Die Installation unter Debian und Ubuntu und Co. ist relativ einfach mit APT, Install, NCDU und je nachdem Sudo davor oder erst Root werden mit SU. Und dann hat man es hinterher drauf und der Aufrufe ist auch ganz einfach, NCDU eingeben. Das guckt denn ausgehend von dem aktuellen Verzeichnis, wo ihr euch gerade drin befindet, wie viel Platz belegt alles, was da drin ist, inklusive Unterverzeichnissen. Und dann schlüsselt das die Unterverzeichnisse nochmal extra drauf und so weiter. Dann habt ihr so einen Verzeichnisbaum und könnt euch da durchhangeln und eben auch Dateien löschen. Hier mal so ein kleiner Supportfall, ProtonVPN bzw. VPNs so insgesamt. Naja, okay, kann man so und so zustehen, aber dieses ProtonVPN, das hatte so ein kleines Problem, dass wenn man die Verbindung beendet hat oder vielleicht auch nicht richtig beendet hat, den Rechner ausgefahren hat, dann ging beim nächsten Mal das normale Netzwerk nicht mehr. Also kein Internet hat funktioniert oder auch das lokale Netzwerk hat auch nicht mehr funktioniert. Das liegt daran, dass so ein zusätzliches Netzwerkgerät mit diesem wunderschönen Namen angelegt wird. Und das sorgt irgendwie dafür, dass keine Daten mehr ausgetauscht werden können, wenn das VPN nicht funktioniert. Und wenn dieses Gerät da ist und man dann wieder neu versucht, das VPN zu öffnen, geht das auch nicht. Also muss man dieses obskure Gerät hier erstmal loswerden. Das geht zum Beispiel über den Network Manager, über das Kommandozeilenprogramm dabei, bei NMCLI und dann Device, Delete und den Namen davon. Und danach kann man wieder diese Proton-Tui, gibt es auch so eine Textmodus-Oberfläche dafür wieder starten und mit dem C neuen Tunnel aufmachen. Falls ihr sowas auch einsetzen solltet, euch gewundert habt, warum Netzwerk, Internet nicht mehr geht nach so einer VPN-Sitzung, ist das vielleicht eine Lösung für euch, was vielleicht auch nicht unbedingt was mit Proton-VPN zu tun hat, was es vielleicht auch bei anderen VPN-Lösungen so gibt. Und dann guckt mal danach, ob es sowas gibt oder was, was irgendwie anders heißt, was den Netzwerkverkehr blockiert. Kommen wir zum Bereich Biologie in der Anwendung oder vielleicht auch Medizin in der Anwendung. Es geht nämlich darum, wie ihr euren Körper so ein bisschen auf die Schlafzeit vorbereiten könnt. Das geht relativ einfach, wenn ihr darauf reagiert, indem ihr euren Bildschirm in rötere Farbtöne verschiebt, sodass ihr einen Rotstich habt. Das soll dazu sorgen, dass das Melatonin-Hormon ausgeschüttet wird und das soll gut vorbereiten auf die Schlafenszeit, ebenso wie die Natur das auch mal vorgesehen hat. Die Sonne geht unter, geht in einem Rotton unter und dann ist Schlafenszeit, es passiert nichts mehr. Aber das machen wir heutzutage ja eher nicht mehr so. Wir haben ja genug künstliches Licht und von daher diesen Effekt können wir so ein bisschen nachahmen, indem wir den Monitor so ein bisschen rot färben. Das geht unter anderem über dieses Kommandozeilentool Redshift, also eine Rotverschiebung, die wir machen möchten. Und das funktioniert sowohl unter Wayland, genau Wayland, wie ich hier angeklickt habe, und unter Xorg, wie man sieht. So, installieren wieder denkbar einfach unter Debian, Ubuntu, Linux, Mint über apt installieren. Bei Linux, Mint, Ubuntu noch ein Sudo davor, bei Debian vorher root werden. Den Rotton kann man so ein bisschen angeben, indem man das mit den 6000 hier nimmt. Dann wird das so ein bisschen röter. Oder wenn ihr es sehr rot haben wollt, dann nehmt die 4500. Das Ganze könnt ihr natürlich in so ein Skript reinpacken und das dann durch irgendwas aufrufen lassen, vielleicht über ein Desktop-Icon. Jedes Mal, wenn ihr das hier aufruft, wird das Ganze so ein bisschen weiter in die Rotton-Richtung verschoben. Also wenn ihr jetzt das hier mehrfach aufruft, wird es immer ein bisschen mehr rot. Oder das hier wird nicht nur ein bisschen mehr rot pro Aufruf, sondern doch sehr viel mehr rot pro Aufruf. Also von daher, überlegt euch, wie ihr das machen wollt. Ihr könnt das auch mehrfach aufrufen, wenn ihr immer so eine Abstufung haben wollt. Dann könnt ihr so ein bisschen Richtung rot dimmen. Ja, also ihr habt da eine Menge Möglichkeiten, was ihr damit machen könnt. Es gibt natürlich auch grafische Oberflächen dafür, aber in so ein Skript könnt ihr das so reinpacken. Das war es dann wieder für dieses Mal mit den drei kleinen Helfern. Vielleicht war was für euch mit dabei oder wenn ihr es jetzt gerade nicht braucht, behaltet das vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf, dass ihr es vielleicht irgendwann mal wieder da hervorholt. Genau, ansonsten macht es gerne nach, lasst es bleiben. Aber natürlich abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017